Ich bin Yasmin Giger, Führender mit der Hürdenläuferin und momentan sind wir gerade in Rumensorn für ein Hürden-Training. Liestathletik bedeutet für mich Ergibt, Balance, Selbstdisziplin und vor allem, dass man sich immer an den eigenen Leistungen messen kann. Momentan arbeite ich gerade an meiner Hürden-Technik und auch an der Schnelligkeit, denn über die 400m Hürden spielen verschiedene Faktoren grosse Wolle. Meine Ziele für den Winter sind die Qualifikation mit den 4x400m Staffeln, für die Hallen-Europameisterschaft in Glasgow und im Sommer versuche ich, die 23 Europameisterschaften zu konfizieren.